Willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Wir sind noch dabei bei der Befragung von Solm und irgendwie erkannte meine Charaktere mehr Bock zum Krippen. Das macht mich ein bisschen nervös. Und du stirbst jetzt. Man kann natürlich auch immer eine Starbucks verwenden. Ein bisschen flotter ist als unser guter Bougeron. Maximal Level 20. Oh yes man, schöne, schöne Werte für ihn. Natürlich auch Carpe ist sehr sehr geil. So liebe ich das, so will ich das. Das ist der Hammer Baby. So, kommen wir mal ganz kurz nach, der gute Kumpel. Ich soll ihn immer tauschen, ich will warten. So. Äh, Princess Ivy. Die Typen kann nichts mehr bringen ey. Ist voll krass. So. Du darfst hier mal ein paar abfangen. Ähm, du 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 du. Das Bougeron ist eigentlich fertig war aktuell. Wir schon mal da durch. Dann haben wir hier Louis. Nicht Louis dürfen ich nehmen aber noch Louis. Der Incredible Louis natürlich. Äh, 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 äh. Spielt hier gar keine Rolle wer jetzt den übernimmt. Wir haben eine ja. Ich muss das hier hin und einfach nicht einfach mal sehen. Ich muss das mal sehen. Aber ich muss das mal sehen. Und ich muss das mal sehen. Ich bin ganz schön. Ich muss das mal sehen. definitiv, so. Wir haben noch dich hier, dich hier mit, äh, okay, komm, komm, so schon ausreicht, dann kannst du nach vorne. Nachher du ein bisschen unterstützen. Schon ein bisschen die Stärkengegner, warte, gehen wir noch ein bisschen mehr Fangspunkte, lustigerweise. Ich weiss doch auch, hier ist so einer, im Stillett, im stillen Stillett, trotzdem kommen die halt weit. Deswegen, ich müsste eigentlich schon Miniaturbogen ausrüsten, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es dabei drauf geht. Naja, 18 Damage würde sie kriegen, sicher mal. Dass hier so gut ausweicht, ja, wir gucken jetzt einfach mal, komm. Das ist schnell genug zum Toppen, Nekomiyo, ey. Okay, da kommt die Verstärkung, mit der hatte ich irgendwie gerechnet, obwohl andererseits kommt man ein bisschen zu spät, finde ich persönlich. Stahlanze, 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 Langsperr. Nein, was anderes, also Stahlanze, Stahlanze, Langsperr, bläh. Zum Überbrecher schon fast. So, äh, dann... Finischen. Nichts laut schreien, bitte. Okay, meine, wir tun ihnen was an. So, die können ruhig auf sie losgehen, aber gar kein Problem mit, da bitte, wenn es geht irgendwie mehr als nur einer. So. Dann kommt hier die Verstärkung, Bougeron, zwar, wenn ich ehrlich bin, ja eher weniger, weil er ist schon voll. Ich mag mich noch ein bisschen zurückhalten, das liegt aber daran, dass sonst Gegner bei Sidequays, etc. einfach stärker werden. Okay. Wie viel Karpet er hat? Da ist Louis ein Dreck dagegen. Trotzdem braucht er, pack ich mal da hoch. Äh, der Support kann jetzt schaden. Auflangen kann ich nachher immer noch. Also, da hat ein Wolfsrichter und da oben noch ein paar. Da sagt er einfach Dankeschön, komm nur her. Er macht sie alle platt. Äh. Dass es nicht viel bringt, war mir klar. Ja. Schade. Ja. Schade. Der armer Wolf. Wir haben nur sie getroffen, mit dem Wolf. Wir müssen also weiterleben. Theoretisch. Man weiss nicht wie das ist, sondern spielen. Heiliger Schild wäre natürlich auch so eine Option gewesen. Äh. Wo sie schon aus sich auf ihn losgehen, ich glaube eher, ups, wo lang heilen, naja. Er ist ein Waffenvorteil, werden sie eigentlich doof, wenn sie ihn angreifen. Jetzt wird uns Louis die Waffe wegnehmen sollen, wenn er schon aus Größe gewiesen ist, dass sie ihn angreifen. 14% doof sind die schon. Weitere Verstärkung bleibt aus. Ok, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Ring direkt One-Header setze. Ah, mein Nase juckt schon wieder, Moment. So. Ein bisschen doof, äh, in den Situation halt. Die große Auswahl der Waffen. Der Typ jetzt schon drauf, oder? Ist das vielleicht ein Job für Ivy? Sich mal gut vorschwächen. Oder sogar töten. Die, 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 du. Du, 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 du. Na, kann weg ist weg. jetzt die das sagen muss das ja stimmen püten ist mal wieder gleich gleich erstmal werden wird hier gekonnt schaden ausgeteilt ja aber irgendjemand hat das kriegen ausgestellt kann sogar nicht anders erklären freunde so wie die gerade nicht mehr treffen da ist nicht mehr feierlich so komm naja du schaffst alleine tatsächlich dritte stufe abwehrhaltung liberation die litte die lüge buchero kann schon mal nach unten und kann eh nix machen Ich habe es auch schon wieder beschlossen. So. Wir sitzen hier oben aus. Drei Stück noch. So. 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 ja sie kann es doch noch gar zu danken das klingt irgendwie ausgestellte so ich bin natürlich nicht unbedingt der schnellste war ich habe schon gesehen dass er killen würde aber den fangspunkt gerne mit anderem geben so lange sich mal ein palast zurück und auch immer sagen ganz schön stabil die scheiße hier so ich würde sagen plündernden tut es ein bisschen nach juna kam also zwei plätze frei hat vielleicht noch was geiles dabei ist der rest von uns schon mal unten begeben war hat eigentlich noch ein bisschen platz übrig wo die sonst kann er mir okay wir gehen schon mal raus ah rettung naja brauchst du noch irgendetwas? ja gut doch ich glaube das spielt keine rolle also wir ringen aber gar nicht dass ich jetzt darauf frug sich nehmen müsste wer von euch hat noch ein bisschen platz übrig lui vor allem war da ist komme ich mit denen auch schon mal nach unten weil doch relativ stark verletzt sind ein bisschen heal gebrauchen könnten ne komm weißt du was geht direkt mit ihm hier rein das ist eben schnellsten stiefel erhalten der ich nutzen kann jetzt nicht wa? aber stiefel sind natürlich immer cool na komm auch wenn du jetzt einen platz übrig hättest vierte stufe oh ja dann so nach unten noch kein bugatti für die anderen okidoki du bist noch vergiftet egal du bist noch gar nicht engaged da sparen wir uns ja auf komm jetzt was ich hab gar nicht so viel engaged da heißt ich kann ja ruhig auch mit ihm hier reingehen und den ich mal auffüllen lassen ja mann stiefel geben wäre auch eine option wenn er mit dem feld weiter kann ey guck mal sonnenbogen ein bogen mit dem lichtpfeiler verschossen werden könnte jetzt halt die frage was heisst das lichtbogen auch wenn er ein magischer bogen in dem fall oder was da könnte es was für ihn hier sein so ein magischer angriff ist ja nicht von schlechten Eltern wie wir wissen hey leute was geht ab sein bild ist auch schon wieder aufgefüllt hier ja auch hier könnte theoretisch noch ein wurmtöter oh michael g in sicherheit die 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 stimmen sie wohl noch für wie als wir noch ihre fähigkeit bekommen der klassenfähigkeit zu packen lehre ernsthaft jetzt noch verstärken da unten bisschen spät war so nachher vorne versammeln das wird auch lustig da kann ich trotzdem nur fünf felder gehen war so mit choline schnell da rein noch zum aufheilen der rest ist soweit ja ist eigentlich soweit hier unten war es halt auch nicht da sind drei pegasus ritter langbogen unser abfang oder was ja wir können mal gucken wir das mache ok er kommt weit nach vorne wir momentan nur von einem attackiert das finde ich interessant der stahlachs ok aber jeden waffen vorteil können natürlich auf die abwehrhaltung gehen boucheron muss eigentlich mehr trainiert werden aktuell so mit louis mit den langen späer ok also hier fällt da bin ich ein trottel da aufstehen können haben aber schon gesehen aber eben weil sie starke hat es gar keine rolle gespielt so dann also hier noch mal ein paar punkte absahnen äh etie aber die ganze ausgewichen so Also der Move sieht cool aus, aber auch hier ist auch wieder ein bisschen zu spät, Kumpel. Achja, so, ist von euch jemand kurz vor Level Up? Wie machen wir das? Ja, komm, Luia, das ist lange nichts mehr. Das ist wahr. Speed, okay. Bisschen ungewohnt bei ihm, aber warum nicht? Kann man machen. So, dann würde ich mal sagen, warte mal, sie hat schon einen Weckungsstein. Wer kriegt noch einen? Soll ich bei dir noch einen geben? Nur für alle Fälle, weil ich natürlich auch noch vorne sitzen will. Ja, komm. Jetzt wird es schade, dass Bujiro auch keine Angst mehr dafür bekommt, aber hey. Nimm noch ein paar FP. Die kann man immer gut gebrauchen. Die erste Pferdeangriff. Mhm. Warte mal, dann machen wir was anderes. Nein. Äh, nicht Bündnis. Den Stab bitte dem Pflegestab. Endlich geht nicht, wenn wir den Gnacht brauchen, wenn ich sie zur Pflege schicke. Yunaka kommt langsam hinterher. So. Wenn es mal Verstärkung kommt. Ich weiss nicht, hey. Langsam mal gucken, wie ich hier vorgehe. Äh, da ist ein Silber-Dingsbums. Da ist da. So macht ihr einfach nur die, wa? Jetzt hat die Frage, wann kommen die? Oder wann greifen die an? Weil ich im Allgemeinen Reichweite bin, als weil ich nur ihrer Reichweite bin. Hm. So, es sind nur Silber-Schwert-Typen. Das heisst, ich kann ruhig auch mit den beiden da rein. Trotzdem ein Speed. Da habe ich natürlich keinen Bock, dass er gedoppelt werde. Ja, höchstens von dem. Aber jetzt kann ich auch selber doppeln. Mit der Leichtlanze. So. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen was ab. Warten greifen die schon mal an. Da ist doch schon mal gut. Prinzipiell. Haben wir jetzt zwar ein bisschen Stau, aber was soll's? Im Boucheron. Eigentlich will ich hier nicht mehr nutzen. Da gerade ein bisschen... Ansonsten auf Angstmutter verloren gehen. Etika noch ein bisschen was holen. Gut, ich brauche gar nicht mehr. Rettung. Ja, wer weiss, brauchen wir es noch. Okay, sonst nichts passiert, lustigerweise. Mal sagen, Alfred, Claude, stellen wir raus da. Mal sagen, Alfred, Claude, stellen wir raus da. Und die Fresse so. Ja, hier ist natürlich auch nicht viel, war? So, ist auch ein Typ mit dem Silber-Schwert. Warum nicht, wenn ich ihn schon mal da habe. So, die Frontkämpfe natürlich generell eher mal so ein bisschen. Nach vorne platziert Fugado. Einfach zum Healen, Leute. Oh, Yunaka. Ganz vergessen, müssen wir noch ein bisschen was machen, eigentlich. Eins? Ja. So, damit wäre das Fussfolg, glaube ich, Geschichte. Bis auf die Supporter vom Gegner, die nach oben sind. Was haben die eigentlich für Magie-Dinger drauf? Okay, das ist noch purgativ. For one. Wind. Ob der Gegner brechen kann. Äh, der ist natürlich der Scheiss in der Kombi. Ich meine, ich muss sowieso alle platt machen, wa? Huch kommt der noch so weit? Oh, tatsächlich. Aber sie nicht, wa? Hä? Ne, warte mal. Hä? Wer kann bis da unten hin? Kannst du mal jemanden hinstellen, sehe ich ja. Doch, beide, wa? Krass. Ja, das Problem ist, Louis dahinstellen, bin ich ein bisschen skeptisch wegen seiner Feuerlanze hier. 29 Damage, klar. Er ist nicht gleich der schnellste. Aber, äh. Pech habe doppelter Louis und dann ist er relativ schnell vorbei. Er hat echt null Resistenz satt. Ja. Miriam könnte es noch besser befangen. Warte, ich hab dir direkt noch äh, normal angreifen. Ach, ich bin für eine Bedeutung, ne? bei denen wenn ich mir eigentlich wäre es ja diamant hat hat keine resistenz erweckungsstange geben habe es war wieder ein bisschen doof vor überlegen sollen den effekt wird erst später nutzen wir gehen hier in lauer stellung man einfach alles nieder da drin ganze bündnis machen wir nachher auf einen schlag gar nicht krass das war ihre reichweite wäre wir die angreifen wo ich wollte uns den rücken frei super jetzt machen könnte er mit chloe das nicht unbedingt da kommt gar keiner hin bis da war chloe hinzustellen und nachher mal frech bündnis einzugehen sogar halt frech sind und dann mal gucken ob jemand angreifen würde hier mit dem pferd rüber kommen wird auch ein rätsel muss langsam hin machen freunde ich will das gerne noch in diesem kapitel beenden das kann doch schon das was du kriegst du alles auf die fresse 24 der mensch genannt verwandelt schon übel danke geben genauso alles geben halt okay leute jetzt ist schluss mit lustig jetzt ist hier krieg ihr wollt auf die fresse könnt ihr haben ihr habt keine beide doch sie haben einen weckungs stein er nicht das heisst natürlich jetzt mal gekonter weise aus weil es aber kann oder weil sie es auch nicht will ich habe mir selber scheiße hoch da kommt von oben der typi ok er kann zur dritte stufe er kann auch magie da ist ein bisschen doof wird auch gehen sie da zwei weckungs steine wird sich vielleicht anbieten aber ich muss allerdings zugeben die geschwindigkeit des trägers effektiv gegen drachen ja 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 aber andererseits eben sieht er zwei weckungssteine war da kann ja ruhig schon mal schon mal in die vollen gehen du Hortensia wir retten dich und befreien dich aus der gewalt von was auch immer du gerade besessen bist so der erste balken ist schon fast mal down bei ihr jetzt geht es hier richtig ab erstmal sollte ich sie vielleicht brechen das wäre vielleicht nicht ganz so übel äh grab jetzt ne ich würde es angreifen war ok äh man kann einfach von unten an das heisst es auch zuerst ihn weg machen muss ja die haben wir auch noch mit sie in ihrer scheiß orkanax muss ein ganz schwer kämpfer an die hauskunft macht relativ wenig schaden wenn das mal kurz anmerken darf die so viel verteidigung muss ich wie ein ganz fauler zauber sein ok ok ich sehe schon hier müssen wir mit härtung geschützt ran also fünf und gab kann hier keine eine rede sein ganz ehrlich die ist ihm doch frech vielleicht sollte ich ja mal eine lektion erteilen erstmal die natürlich verworren da ist ein bisschen doof ihn könnte ich schon killen aber ihn kriege ich sowieso platt das war der erste streich bis später die sind wir wieder bin ich mir sicher sein bündnis sparen wir nachher für die andere auf das war ich mir weiss noch scheiss drauf der move jetzt auch etwas aber ich glaube ich gehe da doch lieber darauf das war die Hat er mich gerade der Lieblings-Aidexer genannt? Na warte, ey. Na, wiederhol's nochmal, bitch. Da ist immer das selbe Problem, die killt mich da gerade instant. Fände ich persönlich jetzt nicht so geil, das heisst, ich muss da anders ran. Hm, ich weiß nicht, dass das Ware... Uh! Okay, wenn sie killen kann's, dann mach! Feel free! Das ist doch keine grosse Klappe mehr, wa? Die haben wir hier ordentlich gestopft, anders kann man das glaube ich nicht formulieren. Jetzt kann ich natürlich da nicht mehr angreifen. Scheisse, okay. Kommen wir das fern und auf. Äh, Juno kann auch noch ein bisschen was machen. Was ist mit der Tante los? 29 Verteidigung, okay. Das ist schon viel. Jetzt kann ich sogar Bündnisse eingehen, um überhaupt Schaden zu machen bei ihr. Ah, jetzt gehen wir's mal. Ah, kein Glück haben wir noch den Hammer von Ike. Ach, du Scheisse. Ist sonst was geworden, ey. Natürlich nur, weil es auch treffen. Und ja, mit dem Item, bitte. Dankeschön. Puh. Ich hab' gerade ganz kurz und vielleicht doch noch ihn mitnehmen soll. Wenn ich doch noch brauche. Den guten Bougeron. Naja, wir haben's ja fast. Also zum Teil auch massiv Damage bekommen, aber wir haben's eigentlich. Verbrechen kann sie schon. Viel bringen tut sie zwar nicht. Hm? 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 Ah, der ist relativ flott unterwegs, das ist doof so. Ich denke schon, ich hab' das Träger aus. Okay. Ich muss jetzt auch langsam schon mal anlocken. Und da bietet sich ein- Ah. Ich weiss, zur Verteidigung, ich hab' sogar noch ein- Wo ist'n? Hä? Wo ist der Weckungsstein von hier hin? Ist er weg? Okay, krass. Äh, daran denken, dass ich aus dem Zug hier, dem Radius hier angreife. Okay. Ja, bis wir bei 20 wird's bei ihr noch schwierig. Muss ja nicht unbedingt sein. Äh, aufstellen? Äh, muss ja nicht unbedingt sein. Äh, aufstellen? Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Das war eigentlich noch ein Weckungsstein, aber okay, dann hat sie wohl keinen mehr. Ich habe den bereits aus der Hand geschlagen, was damit passiert ist, kein Plan. Kampftechnik, ich werde wenigstens noch bringen, Kumpel. Falls ich noch was machen kann. So, nachher zur Hortensia und sie komplett platt machen, wa? Ja, kann ich nicht mehr angreifen, das ist natürlich doof. Ich dachte, es wird so angreifen. Okay, greife ich aber an. Ah, Protektion. Oh, der Scheiß schon wieder. Dann haben wir mal gar nicht vermisst. Oh, der Scheiß. 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 Das ist natürlich ganz, ganz schlecht, Freunde. Und was das zu bedeuten hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. zurück bei Fire Emblem Engage. Ich habe es auf dem Cliffhanger, aber es muss gerade sein. Weil es passt einfach perfekt und abgesehen davon ist die Folge schon zu lange. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Schönen Videos Schönen Bis zum nächsten Mal.